so das erste mal wo man die lichtige sektoren da ist finden muss ist sehr einfach nicht besonders schwer das zweite ist etwas schwerer aber das dritte ist verdammt schwer aber das geht immer noch irgendwann kommen wir die miss fiese da sogar ein endgegner also hier mit keine weitere dinge glaube ich mal eine parobine so einfach raus hier in dem weg hier führt auch später in den waldtempel rein wir können sie einfach jetzt irgendwie uns lang springen die andere seite vielleicht und jetzt hier rüber und dann haben wir noch den zweitige sekt soll ich mal reinkommen und jetzt das hätte schon prima funktioniert beeilung und jetzt schlafen wir es nochmal sehr sehr gut für hier rüber zu gehen okay sind die letzte zwei dem noch holen müsse und manche verstecke sich sogar unter die erde wenn man das ziel zum beispiel sehr gut sehen kann und da jetzt müssen wir rein die letzte paar dinge sind auf jeden fall da vorne die kann man auch sehr sehr einfach bekommen er ist hier mal wieder ein endboss die besiegen müssen sammeln dann 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 Ich glaube auf die Karte habe ich irgendwas verpeilt, es geht auch sehr leicht, dass man die auch sehr leicht übersehen kann. Da vorne zum Beispiel ist halt noch eins. Und dann die Wand zum Beispiel. Das ist doof. Jetzt müssen wir leider wieder komplett ausrum. Also hier hinzukommen ist mir komplett wieder ausrum. Sehr zarte, weil das Ding haben wir übersehen. Aber das gute ich das noch erkannt habe, das hätte mir noch weiter zurück gehen müssen. Und auch hier rüber. Die letzte zwei liegt da, Olivia. Und jetzt. Somit entfassen wir da. Sauber. Also merken, da haben wir eine Brücke, die brauchen wir später noch. Wenn wir dann zu Kakariku wollen. Jetzt bald. Zum Beispiel. Okay, die letzte zwei, verstecken sich direkt bei den Tempeln. Da haben wir nur Affe. Können ja kurz mal mit ihnen mal reden. Was will der? Hilfe, Hilfe. Klar, helfen wir dir. Sofort. Die helfen uns ja auch später in den Tempel, wieder weiter zu kommen. So. Jetzt hätte mir alle Lichter eingesammelt, die mir jetzt brauche werde. Wasser. Sofort. 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 Da muss jetzt mal mit ihnen gelaufen. Sofort. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 So, was will Mithner von uns? Ja, wisst ihr wieder alles. Also Leute, ich sag dir mal, den nächsten Part gehen wir auf jeden Fall in den Waldtempel rein. Das werden wir auf jeden Fall dann in den nächsten Part gemeinsam zusammen machen. Schöne Waldtempel los machen. Und sag ich mal, Feedback für diese Part jetzt ab in die Kommentare. Und alles weitere. Also, dich denn Leute und haut rein.